Da bin ich wieder zurück. Ich habe gerade mein Geld ein bisschen in meinen Bogen gesteckt und den mal aufgewertet. Der ist jetzt schon plus 5 und habe zwei Geschicklichkeitspunkte geholt. Ne, einen, weil der Bogen und meine Waffe beide einen guten Multiplikator drauf haben. Und mein restliches Geld habe ich jetzt in Pfeile gesteckt, damit ich hier so wenig wie möglich verliere, wenn ich jetzt hier runter gehe. Ich habe immerhin einen Schaden mehr gemacht, aber trotzdem noch nicht One-Hit. Ich will den Eid nicht leisten. Man kommt, man hat mir gesagt, wenn man den Eid leistet, dann wird man auch einfach zufällig mit irgendwelchen Spielern zusammengewürfelt, in deren Welt invasiert, mit anderen aber dann auch zusammen zum Teil. So, ich renne jetzt hier einfach hoch und gehe hier durch. Alter, wie gemein. Vor allem ganz allein. Erstmal angucken, was der für Fähigkeiten hat. Scheiße, zwei. Ich werde es bestimmt verlieren. Ich würde gerne schnell aufladen. Oh, oh. Oh, jetzt wird der nächste wach. Wie soll ich das schaffen? Ich könnte mich zurückbeieben, aber ich habe eh kaum was. Jetzt aber... Kacke. Oh, jetzt habe ich beinah runtergefahren. Das ist einfach zu viel. Drei gleichzeitig. Aber sie stehen sich auch zum Glück ein bisschen im Weg. Ah, auch noch Feuer. Oh, der nächste, der wach wird. Kacke. Das war's. Lass mich. Ah, ich hatte keinen Ausdauer mehr. Ich bin schon gewundert. Oh-oh. Ist machbar. Aber echt tricky. Ich freu mich auf die Hälfte, wenn keine neuen mehr kommen. Schade, dass sie sich nicht gegenseitig mit dem Feuer treffen. Ah, so nacheinander ist Blöd, da komm ich nicht ran. Ah, Glück ab. Aua. So, gleich war der nächste Wach. Kacke. Schnell, 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 schnell. Kommt echt doch noch was Neues. Pfff. Ist das der letzte? Die anderen beiden sind Deko, oder was? Geschafft. Heilige Mutter. 25.000 Seen. Und die Seele des Gargoyles. Vorsicht vor Feind, unten. Hier ist kein Feind. Ritualbahn des Südens. Nicht aufgeben. Lügner voraus. Dickwanzt aber Freude. Versuch Sprint, dann versuch Distanz. Lügner. Okay, erstmal das Feuer anmachen. Und am besten eigentlich zurückgehen, um das Geld auszugeben. Ganz viele Hunde. Scheiße. Schnell, schnell, schnell. Ich hänge fest. Wie geil. Du Ratte. Du kriegst mich nicht. Schnell. Nein. Ah, verdammt. Ich hab's fast geschafft, ey. Sowohl die Seen. Ah, das regt mich auf. Das regt mich auf. Tasche. klare. Starsinha.